Hallo und herzlich willkommen bei Top Gadgets. Da wir so langsam auf die 1000 Abos zusteuern, haben wir bereits mit der Planung des Abo-Specials begonnen. Wir würden gerne unter unseren Abonnenten 10 Euro Amazon-Guthaben verlosen. Jedoch wissen wir nicht, ob wir lieber einen 10 Euro Gutschein oder zwei 5 Euro Gutscheine verlosen sollen. Deshalb bitten wir euch an der jetzt erscheinenden Umfrage teilzunehmen, um uns zu zeigen, was euch lieber ist. Alle weiteren Infos zum Gewinnspiel erfahrt ihr, wenn es soweit ist. Denn wie im Videotitel angekündigt, stellen wir euch nun die nützlichsten Gadgets für die Schule vor. Alle vorgestellten Produkte sind, wie immer, in der Videobeschreibung verlinkt. Und nun wünschen wir euch viel Spaß beim Video. Wahrscheinlich kennt dieses Problem fast jeder Schüler. Man hat eine aufwendige Präsentation erstellt und dann dummerweise den USB-Stick mit der PowerPoint zu Hause vergessen. Mit dem ersten Gadget wird euch dieses Missgeschick nie wieder passieren. Denn mit einem Kugelschreiber mit integriertem USB-Stick hat man alle Dateien nun immer in seine Mäppchen. In der Beschreibung haben wir euch einen Stift mit 32 GB Speicher verlinkt, da er im Moment der Recherche auf nur 14 Euro reduziert ist. Aber am besten schaut ihr selbst nach, ob der Preis immer noch so niedrig ist, nachdem das Video online ist. Doch dürft ihr den Stift auf keinen Fall zu Hause vergessen, denn dann hättet ihr weder eure Dateien noch etwas zum Schreiben mit. Das nächste Gadget heißt PubScan und ist wirklich unglaublich nützlich. Mit Pub kann man jegliche Blätter mit nur einem Klick einscannen. Das Gerät ist handlich, klein, leicht und kabellos. Außerdem hält die Batterie sehr lange. Die Bedienung ist kinderleicht, denn der Scanner hat nur einen Knopf. Durch die Veränderung des Abstands zwischen PubScan und Blatt kann das Gadget jede Größe von Papier einscannen. Die eingescannten Dokumente kann man dann direkt ausdrucken, weiterschicken oder online speichern. Selbst Bücher kann man mit diesem Gadget problemlos digitalisieren. Außerdem verfügt PubScan über eine integrierte Beleuchtung. Dadurch kann das Gerät ganz unabhängig von der Außenbeleuchtung immer scharfe Scans machen. Der Scanner erscheint voraussichtlich diesen Dezember. Man kann ihn für umgerechnet 168 Euro vorbestellen. Das nächste Gadget kann zwar keine Dokumente und Bilder einscannen, ist aber trotzdem für jeden Schüler nützlich. Die Rede ist von einem Frixion-Stift. Mit einem Frixion-Stift von Pilot kann man ähnlich wie mit einem Kugelschreiber schreiben. Jedoch ermöglicht dir der Stift einen signifikanten Vorteil. Wenn du einen Fehler gemacht hast, kannst du diesen ganz einfach korrigieren. Dazu musst du den Stift lediglich umdrehen und das Geschriebene kann problemlos wegradiert werden. Dies ermöglicht einem das schnelle Korrigieren, während man gerade im Schreibfluss ist. Zudem sieht man im Gegensatz zu Kugelschreibern und Füllern nicht, dass etwas verbessert worden ist. Man bekommt drei blaue Frixion-Stifte bereits für unter 7 Euro. Der Stift ist aber noch in ganz vielen anderen Farben erhältlich. Weiter geht's mit einem sehr speziellen Rucksack. Der Bobby-Rucksack ist nicht nur für die Schule nützlich, sondern besonders für den alltäglichen Gebrauch geeignet. Laut den aktuellen Zahlen gibt es auf der Welt 400.000 Taschendiebstähle und das täglich. Um dieses Problem zu bekämpfen, haben Erfinder einen diebstahlsicheren Rucksack entwickelt und dieser Rucksack heißt Bobby. Der Bobby hat im Gegensatz zu handelsüblichen Rucksäcken versteckte Reißverschlüsse und ist dadurch diebstahlsicher. Bei einem normalen Rucksack hat der Dieb innerhalb weniger Sekunden den Reißverschluss geöffnet und die Wertsachen entwendet. Beim Bobby-Rucksack hingegen wird der Täter den Rucksack aufgrund der versteckten Reißverschlüsse nicht öffnen können und erfolglos bleiben. Neben der Diebstahlsicherheit weist der Bobby-Rucksack aber noch weitere Extras auf. Der Rucksack hat verstellbare Schulterträger, versteckte Taschen, Wasserresistenz, Reflektoren für die Nacht und einen USB-Port für Powerbanks. Außerdem ist der Innenraum des Rucksacks sehr strukturiert aufgebaut. Durch die vielen Taschen sind alle transportierten Gegenstände stets organisiert und übersichtlich angeordnet. Zudem ermöglicht diese Ordnung dir die Beförderung vieler verschiedener Gegenstände. Der Rucksack ist für 90 Euro auf Amazon erhältlich. Den Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Und das war's auch schon mit unseren Gadgets für die Schule. Lasst gerne ein Gefällt mir und Abo da und vergesst nicht an der Umfrage teilzunehmen. Welches Produkt fandest du am nützlichsten? Kennst du noch andere Top-Gadgets für Schüler? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und freuen uns auf das nächste Mal. Ciao! Ciao!